Heute wird's historisch, denn es geht zum ersten Aufsteiger aus Schleswig-Holstein. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und heute sag ich einfach mal Kiel, Ahoi! Let's a go! Und damit starten wir rein in... Teil 1, Rückblick Tabellarisch sah das Ganze so aus, Platz 2 und damit direkt aufgestiegen ins Oberhaus und viel mehr ist dazu jetzt auch nicht zu sagen. Wir haben hier einen richtig coolen Insider, das ist Kieler Christo. Chris, Shoutout an dich, richtig nice, uns hier zugeflankt die Dinger und da hab ich mir gedacht, da wir hier keine Stats aufbereiten wollen von der 2. Liga, weil die natürlich im Oberhaus nochmal ganz anders aussehen, hab ich mir gedacht, wir nehmen hier mal die Infos von Chris aus der letzten Saison und verpacken das mal in den Rückblick. Und deswegen gibt's heute nicht die Key Stats, sondern die Key Facts. Und die starten mal mit dem ersten hier, das sind die Abgänge. Und zwar sind Mühling, Wahl und Reese von Rapp, Trainer Rapp, gestrichen worden. Denn das waren starke Meinungskarakterer und die haben immer mal für Unruhe gesorgt, gerade bei der Spielidee von Rapp. Ja, das Streichen dieser Meinungskarakterer hat dann zur freien Entfaltung der Spielidee geführt und im gleichen Zuge wurde auch auf die Verjüngung des Kaders gesetzt. Das waren wichtige Puzzlestücke von Rapp. Das seht ihr auch nachher im Talentschuppen. Was auf jeden Fall auch wichtig war in der letzten Saison, dass man flexibel war, dass man in der Aufstellung adaptiv war, dass der Trainer sich angeguckt hat, gegen wen spielen wir und wie spielen wir. Und gerade gegen starke Teams ist man auf eine Viererkette, hat man da zurückgegriffen und gegen, ich sag mal, eher schwächere Teams hat man dann schon offensiver gespielt, Dreierkette und dann über die Schiene viel, viel Druck gemacht. Das war ein sehr, sehr gutes Mittel. Dazu auch gleich später mehr in Teil 4, Top 11. Schwachpunkt haben wir auch ausgemacht über Chris. Das ist die Effizienz vorm Tor. Es gab extrem viele Punkte, die dadurch verloren gegangen sind. Sonst wäre man weiter oben gestanden. Wahrscheinlich dann auch Tabellenerster, weil die Kieler Spieler ihre Chancen nicht nutzen. Und zwei Sündenböcke haben wir ausgemacht. Das ist Marcino, eine Maschine und Bernhardson. Die beiden stehen hier im Fokus. Die seht ihr auch. Ich habe mir da nochmal die Werte angeguckt. Marcino bringt einen 0,22 XG Wert. Und der ist gerade im Verhältnis weltweit, gehört er da zu den schwächsten 13%. Und Bernhardson ist da ein Tick besser mit 0,32 pro 90 Minuten. Aber auch der Wert ist ausbaufähig. Lediglich jeder sechste Schuss der beiden landete einen Treffer. Und von daher sind das eher Abstiegswerte. Und deswegen muss entweder Rapp hier den Zaubertrank finden oder er muss die Jungs anders einsetzen. Dazu auch mehr in der Top 11. Und damit gehen wir mal weiter in Teil 2 Kaderanalyse. Kaderanalyse und im Blick haben wir natürlich wie gehabt die Top-Transfers des Teams der Störche. Auch hier analog zu anderen Teams, die wir bisher hatten. Der beste Mann ist wieder mal gegangen. Neuzugang Maunus Knutzen kam bereits Mitte Juni vom russischen Klub FK Rostov. Er war verliehen nach Dänemark, Aarhus GF. Und vor ein paar Tagen hat man sich ebenfalls nochmal beim FK Rostov bedient. Und zwar mit Armin Gigovic. Der war ebenfalls ausgeliehen nach Dänemark. Und ich habe mich da mal unterhalten mit einem dänischen Scout, den ich kenne. Und der kennt die beiden Spieler. Und habe mir da mal die Profile mit ihm angeguckt. Das sind zwei Männer erstmal fürs zentrale Mittelfeld. Knutzen und Gigovic. Beide waren an, genau, dänische Klubs, wie gesagt, verliehen. Der eine in Aarhus, der andere in Midjylland. Und ja, haben wir uns mal angeschaut. Knutzen ist vor allen Dingen bei den progressiven Läufen, ist er sehr gut am Ball. Auch gerade den Eintritt ins letzte Drittel, den kann er auch. Und er hat clevere Spielbewegungen. Hat so gute, eine taktische Positionierung auf dem Platz. Und zieht auch gerne mal aus der zweiten Reihe einen ab. Und verfügt da über einen guten Schuss. Dann haben wir Gigovic, auch mit 1,87. Auch ein gutes Sizing. Auch da progressive Läufe. Er ist dribbelstark, ballsicher. Und weiß sich auch vom Ball zu trennen. Ist aber auch ein Balkanbrudi. Ist ein Bosnier. Und hat da auch so ein bisschen diesen Highsporn. Trägt er in sich. Zieht da auch gerne mal eine gelbe Karte. Und ist da nicht perfekt im Timing. Da sehe ich Knutzen vom Timing zum Beispiel besser. Und beide sind aber zum Beispiel auch nicht bekannt für schusserzeugende Momente. Und ihr seht es gleich drüben auch. Sie sind geholt worden als Ersatz für Philipp Sander. Und anhand der Ablösesummen, die haben wir hier auch eingeblendet, können wir schon eins auf jeden Fall rauslesen. Das sind nämlich beides für Kieler Verhältnisse Rekordtransfers. Wir haben einmal den Gigowitsch, der kostete 1,8 Millionen. Das ist der Rekordtransfer von Kiel. Und der zweitteuerste, das ist eben Maunus Knutzen mit einer Million. Also das ist auch schon da ein Statement von Kiel. Wir haben noch Max Geschwill. Der ist aus der dritten Liga gekommen von Sandhausen. War da aber auch kein Stammspieler. Deswegen erstmal unter Ferner liefen. Kapitän und Mittelfeldmotor. Den habe ich hier indirekt schon angeschnitten. Das ist Philipp Sander. Der hatte eine Ausstiegsklausel und wurde daher rausgezogen für eine Mille nach Gladbach. Ja, Gigowitsch und Knutzen, wie gesagt, sind die Ersatzboys. Aber Sander, der hatte ganz viele Anteile am Kieler Spiel und auch am Kieler Aufstieg. Der hat nämlich alle Standards getreten. War auch da sehr ballsicher und war auch der Gamechanger des Teams. Ebenso wie Tom Rote auch der Abgang schmerzt. Leihspieler von Dortmund ist zurückgekehrt und ist jetzt aber auch tatsächlich, Teamcheck hatten wir, bei Union Berlin im Gespräch als neuer Linksverteidiger. Ja, analog zu der Wichtigkeit von Sander auch Rote offensiv ganz, ganz klasse gespielt. Vier Tore, zehn Assists kamen bei ihm um die Runden. Ja, er schafft wahrscheinlich vielleicht sogar seinen Durchbruch im Oberhaus diese Saison. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr gerne. Kiel sucht jetzt nach einer Alternative, gerade auf der Linksverteidigerposition, aber auch auf der Flügelstürmerposition. Wir hatten Machino und Bernhardson gerade mal angesprochen. Bernhardson wird gerade auch ausprobiert als linker Schienenspieler, ist aber zu offensiv für die Bundesliga auf der Schiene und ist aktuell die B-Lösung. Und Max Geschwill ist da auch noch die C-Lösung. Und dann ist ebenfalls noch jemand gegangen, das ist Mikkel Kierkisko. Der geht zu Preußen Münster nochmal in die zweite Liga. Und ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das vielleicht sogar ein Eigentor war, denn Kierkisko ist auch Däne. Es kommen hier auch zwei Jungs, die in Dänemark gespielt haben. Das hätte vom Vibe und vom Spirit hätte das, glaube ich, sehr, sehr gut gepasst. Sportlich geht ja auch Rote und Kierkisko ist gestandener Linksverteidiger. Er wäre zumindest ein Backup auf dieser Position gewesen. Dann haben wir Leistungsträger Colin Kleinebekel, der laboriert aktuell an einem Kreuzbandriss. Auch hier schaut man sich nochmal um nach einem Inverteidiger mit am besten Bundesliga-Profil. Ebenfalls offensives Mittelfeld, da schaut man auch noch. Zwei bis drei Neuzugänge erwarten wir noch bei den Kieler Störchen. Und damit zum Talentschuppen. Kleinebekel haben wir gerade genannt. Der ist das Supertalent hier mit 21, super entwickelt worden von Rapp und gleichzeitig auch schon Leistungsträger und U-Nationalspieler. Hat auch die U21-Quali für Deutschland gespielt und gegen den Kosovo hat er auch getroffen. Ja, er ist wie gesagt nicht fit. Er verfügt aber über den größten Marktwert zusammen mit Ivesic. Auch er ein Talent. 22 haben wir jetzt hier aber nicht im Talentschuppen. Ich möchte sprechen aber über Andu Kelati, 21 Jahre jung, kommt aus der zweiten Mannschaft von Hoffenheim, gilt da als Rohjuwehl. Und ja, der Geschäftsführer Carsten Wehlmann ist da sehr, sehr happy. Er sagt, da haben wir einen richtig guten Offensiv-Allrounder geholt. Der ist Flügelspieler, kann links wie rechts spielen und verfügt über ein großes Entwicklungspotenzial. Bin ich ganz gespannt, wie man ihn einsetzt und auch zu wie viel Spielminuten Kelati da kommt. Generell unabhängig von den Namen, Talentschuppen, können wir mal sagen, wird hier in Kiel gelebt gerade. Ganz viele junge Spieler sind dabei. Wir haben kleine Bekel genannt, Ivesic ebenfalls, die schon beide auch über einen Marktwert von 3 Millionen verfügen. Geschwill hatten wir eben. Rosenboom und Harris haben auch bei Rapp einen guten Förderer. Das ist auf jeden Fall ein ganz positives Zeichen. Ja, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also der Sanderabgang reißt ein Riesenloch ins Kieler Spiel. Und mit Gigowitsch und Maunus Knutzen wurden jetzt schon mal zwei Jungs geholt, die da den Ersatz abbilden sollen. Mit Tom Rote geht ebenfalls ein ganz, ganz starker Mann. Und da muss auch noch nachgelegt werden. Und wir legen jetzt auch nach mit. Teil 3, Trainer und Vorbereitung. Marcel Rapp, da ist er. Wir haben ihn hier auch abgebildet. Wir haben seine Formation, das 3-4-1-2 soll es sein. Und gerade auch gegen starke Teams oder auch in der Defensive greift man auf die Viererkette zurück. Dann im 4-3-3. Und das hat man auch gelebt letzte Saison. Gerade gegen die starken Teams in der zweiten Liga gerne auch die Viererkette ausgepackt. Jeder muss mit nach hinten arbeiten. Das ist seine Devise. Und das hat zum Beispiel Sima Kalla nicht gemacht. Und trotz starker Saison in der dritten Liga wurde er aus Osnabrück dann auch aussortiert. Deswegen Rapp legt da sehr viel Wert auf Engagement und Einsatz. Das habe ich auch noch mal eingeblendet. Jeder Spieler kann sich beweisen. Das ist irgendwie auch die Philosophie. Und Megatalent. Mit Fiete ab wurde beispielsweise reaktiviert. Und mit Remberg und Porat hat er auch zwei Spieler richtig stark entwickelt. Zu richtig starken Zweitligaspielern gemacht, geformt. Ja, wenige Spieler besitzen eine Stammplatzgarantie. Und deswegen ist der Konkurrenzkampf auch immer spannend und sehr offen. Aber was hier auch noch mal auffällt, der Trainer setzt auf die jungen Spieler. Das haben wir auch schon gesehen. Im Talentschuppen, gerade im Fokus, hat er ein feines Gespür. Gerade kleine Beke hat er super. Einfach entwickelt. Und auch aussortierte Spieler. Da hat er auch ein feines Gespür. Wie zum Beispiel Timo Becker auf Schalke spielte da gar keine Rolle mehr. Hat da das Potenzial erkannt. Und hat Timo Becker auch zum Topspieler gemacht. Da auch noch mal mehr gleich in der Top 11. Das ist die Überleitung. Teil 4, Top 11. Aber hallo. Und da sind wir. Formation, wie schon erwähnt. Das wird hauptsächlich das 3-4-1-2-System sein. Aber laut Aussage von Kieler Christo offenbar auch flexibel. Da ist Rapp auf jeden Fall ein adaptiver Trainer und schaut sich das ganz genau an. Je nachdem, wie der Gegner auch agiert. Dann genau zur Top 11. Timo Weiner ist safe. Vielleicht sogar auch ein Game Changer. Schaut da mal wieder ins verlinkte Doc in den Shownotes. Kommt da gut weg. Eigentlich war Däne vergangene Saison die Nummer 1. Aber das zeigt auch wieder so dieses Gespür für Rapp, dass er jedem Spieler natürlich auch eine Chance gibt. Und dass sich über Leistung natürlich dann die Spieler auch empfehlen für einen Stammplatz. Und so hat es Timo Weiner gemacht. Er ist jetzt der Stammkeeper und auch vor Däne. Davor spielt die 3er-Abwehrkette. Ist mit Eras in der Mitte. Ist er gesetzt. Hat da die Chefrolle inne. Kleine Beke war vergangene Saison bis zu seinem Kreuzbandriss auch ebenfalls Stammspieler. Er hat die Hinrunde auch einen Top-Eindruck hinterlassen. Weshalb er auch hoffentlich bald wieder fit wird. Und er ist dann auf der halblinken Position mit starkem Rechtsfuß. Ist er dann gesetzt. Kann aber auch tatsächlich rechts spielen. Apropos rechts. Hallo Timo Becker. Er kann rechts alles abdecken. Also klassisch RV. Er kann den RIV spielen. Und er spielt auch die Schiene. Außenverteidiger. Und hat letzte Saison auch für Torgefahr gesorgt. Also sieben Tore und drei Assists stehen da zu Buche. Finde ich schon echt respektabel. Und hat auch einen Elfmeter genommen tatsächlich. Auch das ganz spannend. Auch den hat er im Schuh. Ja, kann da wirklich alles spielen. Kann wie gesagt aber auch rechter Innenverteidiger sein. Denn apropos, da haben wir aktuell from Serbia ist da Marco Ivesic. Den hatten wir ganz kurz auch im Talentschuppen schon genannt. Er ist im Aufbautraining. Steht kurz vor der Trainingsrückkehr. Und hat die besten Chancen. Ist eigentlich Sechser. Aber wurde letzte Saison auch gerade mit dem kleinen Bekel-Ausfall auch als zum Rechts-IV auf jeden Fall ausgebildet. Umfunktioniert. Hat da dann auch die Innenverteidigerposition gespielt. Und hier könnte aber auch noch ein neuer rechter Innenverteidiger kommen. Ja, Rapp hat auch noch ein paar Erfahrungsoptionen. Und zwar mit Johannesson und Komenda. Bei beiden ist aber das Defizit, dass die letzte Saison viel ausgefallen sind. Von daher spricht vieles für noch einen Neuzugang. Also ich fasse es hier nochmal hinten zusammen. Weiner ist 100% gesetzt. Ivesic sehen wir 70% vorne. Eras 100%. Kleine Bekel. Wenn fit ist der auch gesetzt. Becker geben wir 100%. Und genau. Könnte aber wie gesagt Neuzugang erwarten wir auf links. Deswegen habe ich hier auch noch keinen genannt. Linke Seite ist noch vakant. Im Mittelfeld muss wie gesagt der Wegfall von Sander ausgefallen werden. Wir haben die Kaderanalyse gemacht mit Gigovic und Knutzen. Wer hier die besten Chancen hat, das bleibt noch offen. Wir sehen Gigovic aufgrund der Ablösesumme. Sehen wir ihn hier gerade vorne mit 1,8 Millionen. Er könnte den Vorzug erhalten. Genau. Neben ihm erwarten wir Holtby. Der kommt mit seinen 33 Jahren. Ist er schon so ein bisschen der heimliche Papa des Teams. Auf seinem Konto stehen 200 Bundesligaspiele. Also er hat schon so diese Leader-Mentalität inne. Und deswegen sehe ich Holtby auf jeden Fall gesetzt. Er könnte aber aufgrund des Alters vielleicht auch mal ausgewechselt werden. Ja, deswegen könnte er so 60. 70. Dass er da mal von der Platte geht. Wir haben dann Steven Skripsky. Auf der 10 aktuell. Den sind wir zu 90% safe. Auch hier könnte noch jemand kommen. Und vorne agieren sie mit Benedikt Pichler und Schuto Macchino. Das sollte das bevorzugte Trio sein. So haben sie letzte Saison auch die Störche agiert in der 2. Liga. Von daher sind die auf jeden Fall eingespielt. Ich pflege hier aber nochmal die Ausfallzeit von Pichler. Der fiel nämlich mit Leistenproblemen 94 Tage aus. Verpasste 10 Spiele der Störche. Und ist generell sehr verletzungsanfällig. Also rotiert da jede Saison mal raus. Macchino geben wir 75%. Bernhardson und Fiete Arp sind da auch Alternativen. Deswegen würde ich die hier auch nochmal platzieren. Schuto ist da aber der kreativste Mann von den dreien. Hat jetzt im Rückblick, hatten wir ihn gesagt mit, ja, dass er nicht über so einen starken XG Wert verfügt. Aber ich muss auch seinen Expected Assist und seinen schusserzeugenden Wert hier nochmal anbringen. Da ist er nämlich sehr, sehr gut aufgestellt. Von daher könnte er ein guter Vorlageber werden für Pichler. Und wenn ihr mir das hier kurz erlaubt, also beim Doppelpack im Wortspiel. Ich hätte gerne einen doppelten Capu Macchino. Fände ich schon stark. Oder mit Schuto kann man ja auch easy den Shooter geben. Also ich würde da ein paar Schlagzeilen, hätte ich da für uns, für Liganzeiter, hätte ich da schon im Blick. Schauen wir mal, ob er zum Knipser umfunktioniert wird. Und damit gehen wir es nochmal kurz durch. Gigovic sehen wir 60% vorne. Knudsen geben wir 40% und Remberg ist erstmal außen vor. Holtby haben wir mit 90% am Start. Also der ist auch relativ safe. Wir haben Skripski ebenfalls 90%. Und dann haben wir Pichler, 100% wenn fit. Und Macchino haben wir 75% gerade drin. Bernhardson wäre die Alternative. Wir geben ihm 60%. Und Arp habe ich hier noch drin von der Redaktion. 50%. Ja. Und dann kommen wir zu den Standards. Da war Sander der Mann. Ja. Und da ist es so, dass erstmal die Ecken schießt Louis Holtby. Direkter Freistoß haben wir mal Skripski im Blick. Auch da könnte Porat oder Holtby auch noch ran. Porat wäre auch ein Mann für die Ecken. Aber da wir davon ausgehen, dass er auch nicht gesetzt ist in der Top 11, ist er erstmal außen vor. Also nochmal Holtby die Ecken. Direkter Freistoß Skripski. Oder Holtby und Elfmeter. Skripski hat die geschossen letzte Saison. Becker hat den letzten geschossen. Wir gehen mal aus, dass Steven Skripski sich den greift. Also wenn ich mich jetzt nochmal zurückerinnere an den Aufstieg von Heidenheim in der letzten Saison. Die sind ja auch relativ konstant geblieben. Aber die hatten halt auch ihre Leistungsträger. Kiel ist auch relativ gleich geblieben von der Mannschaft. Aber die Leistungsträger sind halt weg. Mit Sander und Rote fehlen die beiden besten Jungs. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann auswirkt. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter ins... Teil 5. Auftaktprogramm. Ja, wir kommen zum Auftaktprogramm hier in meinem Teil 5. Und da bekomme ich so Poker-Vibes. Was kommt beim Poker zuerst? Genau, das ist der Flop. Wenn ich mir mal hier die ersten drei Teams einblenden lasse. Da haben wir Hoffenheim auswärts. Eine gestandene Truppe. Dann haben wir VfL Wolfsburg zu Hause. Wieder gesetteltes Team unter Hasenhüttel. Und dann kommen die Bayern. Okay, Bayern hat man im Pokal mal überrascht. Aber auch das Spiel sehe ich eher floppy. Ich rechne hier mit keinen Punkten. Ein einziger Trost ist, dass man zwei aufeinander folgende Heimspieler hat. Vielleicht kommt man da irgendwie in die Gänge. Dann kommt beim Poker der Turn. Das ist in Bochum. Das ist vorweggenommen für mich schon mal die Gruselpartie des Spieltages. Und am Ende kommt der River. Der passt auch ganz gut zur Kieler Förde. Und da geht es zu Hause gegen Frankfurt. Und Can Uzun, der hat mit Nürnberg letzte Saison in Kiel getroffen. Und die Klubber hat zu einem 2-0-Sieg sehenswerter Treffer geführt. Deswegen Frankfurt holt es in Kiel. Und ich sage damit Kiel 0 Punkte. Und dann würde ich sagen, Feuer frei für Teil 6. Fazit und Prognose. Oh Mann, und dann starten wir mal mit den Mutmachern, die sich hier gegen meine prognostizierten Nullpunkte wehren. Wir haben den Spirit des Trainers. Der gefällt mir, adaptiv und sieht die Entwicklung. Wir haben die Young Guns, Verjüngung des Kaders, Kleine Beke, als Supertalent und U-Nazio-Spieler rangewachsen. Also das finde ich richtig stark. Aber die bringen dir halt nichts, wenn die verletzt sind. Von daher, auch das ist irgendwie so eine Schwierigkeit hier als Mutmacher. Und das Umfeld, Kiel ist euphorisiert. Da passen ein bisschen mehr als 15.000 Leute ins Holsteinstadion. Die werden da rumbrüllen und rumschreien. Aber gerade wenn es schlecht losgeht, auch dann kann so ein bisschen die Euphorie verfliegen. Diese Problemzonen kann ich ganz schnell machen. Der Kader ist für mich nicht Bundesliga-würdig. Du hast keinen echten Topspieler. Auch das ist einfach eine Schwierigkeit. Wahrscheinlich ist Kleine Bekel dein Topspieler und auch Iwelsic. Aber auch selbst Iwelsic ist gar nicht 100% gesetzt. Von daher ist das für mich irgendwie hier auch eine Schwierigkeit. Plus die ganzen jungen Spieler, die haben auch keine Bundesliga-Luft geschnuppert. Auch das ist irgendwie so eine Art Problemzone. Der Mann, der da vorangehen muss, ist Holpi. Ansonsten hast du da einfach wenig Leute mit Bundesliga-Erfahrung. Und dann habe ich den Sander-Abgang. Er war ein Box-to-Box-Biest. Auch er geht mit drei Toren und sieben Assists, tritt er den Gang an. Und hat gefühlt auch noch jeden Standard geschossen. Auch das ist eine Schwächung. Und ja, bin ich gespannt, ob Armin oder Maunus, ob sie ihn 1 zu 1 ersetzen können. Die müssten schon eine richtige Power-Saison spielen, damit hier Kiel eine Chance auf den Klassenerhalt hat. Wir sind beim Rating. Top 11, 1 Stern. Ist mir zu dünn. Der Trainer, der zeigt gute Ansätze, hat eine gute Match-Analyse. Auch gerade beim Gegner. Variables System, finde ich cool. 3 Sterne. Kader-Niveau generell zu wenig, 1 Stern. Und wie gesagt, der Verein hat so eine Aufstiegseuphorie. Ich prognostiziere aber den schweren Auftakt. Von daher, ich kippe mal hier auch 2 Sterne ein. Wir landen dann bei 1,5 Stern am Ende. Und für Kiel geht es direkt wieder mit Platz 17 in Liga 2. Mein Game Changer. Das ist, weil Sander auch 9 Spiele letzte Saison gefehlt hat. Und da habe ich mir nochmal die Spiele angeschaut. Und da ging er als Anführer voran. Auch jetzt nochmal im letzten Saisonspiel. Das ist Luis Holtby. Und da sage ich zu ihm, Luis, du bist Boss. Er kann die Standards. Ich habe seine Standardstärke notiert. Wir hatten ihn auch bei den Standards, bei den Ecken. Freistößen, das kann der alles. Und vielleicht das Wichtigste, der Typ hat bei vielen Top-Clubs gespielt. Er hat internationale Erfahrung, gerade auch Premier League. 38 Einsätze, hat die 200 Bundesliga-Partien gespielt. Auch beim HSV. Und er muss es richten. Ehrliches, aber hartes Urteil von mir heute mit den Kieler Störchen. Auch sie können sich noch verstärken. Zentrales offensives Mittelfeld, linker Flügel. Auch da sind immer noch die Spots offen. Und ansonsten ist für euch heute auch was offen. Ihr habt vielleicht noch nicht gesehen, den hier. Das ist unser Team-Check von Bochum. Oder gestern haben wir ihn hier. Heidenheim, Team-Check. Gerne mal abchecken. Und ich checke jetzt mal das Wochenende ab. Wünsche euch schon mal ein schönes. Und wir sehen uns nächste Woche mit SV Werder Bremen am Montag. Liebe Grüße, macht's gut, tschüss, Wochenende. Tschüss.